Was anderes. Ich habe schon wieder eine Idee. Gottes Willen. Der Tovi und die Antonia fahren nächste Woche nach Bratislava. Wieso? Du die zu zweit? Ich habe mir gedacht, ich könnte doch am Samstag vorbeischauen. Nach Bratislava. Der Fritz zahlt 100 Euro, dass er da drunter fährt mit dem Zug und dann so Servus und tschüss. Aber ich weiß echt nicht, ob die so begeistert von diesen Fritz. Nein, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Jesus ist zurück. Servus. Let's f***ing go. Schau, wie viele Leute da sind. Wie sieht der Zug fähig aus? Nein, tut er nicht, oder? Konzept. Ausfall. Du w***er. Was ist denn das? Oh, 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 oh mein Gott. Da sieht es, wenn es eine Stunde drin ist. Ist gut. Ja, wurscht es, was da her. Da her ist es. Da? Da. Was? Vertrauen Sie mir? Dies ist ein sicherer Zug. Es könnte sein, dass wir vielleicht von einer auf die nächste Schiene hüpfen. Ja. Das nennt sich dann praktisches Zugüberspringen. Ja, wir sind da. Ja, wir sind da. Seht ihr was? Warum startet ihr da? Wir sind hier. Irgendwo hier findet sich der Tobi und Jan Tobi. Und jetzt müssen wir sie finden. Du weißt nicht, wo sie sind? Nein. Du willst doch ganz Bratislava gehen und versuchen. Ja. Zufall auf der Strasse, sondern Multimilliardenstadt. Ja. Tobi! 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 Es ist so dämlich, weil wir sie niemals finden werden. Es ist so dämlich, dass es schon wieder genial ist. Nein, es ist aber nur so gut. Dann gehörte die Busse nirgends hinfahren, weil sie angebunden sind. Nein, nicht mit allen, schau. Netanje! Hohoda! Hohoda! Was ist das? Einen Mülleimer! Tobi! Tobi! Antonia! Schau sich mal, da bist du! Ich hoffe, da hinten sieht uns keiner und wüsste... Alter, Simon, wo gehen wir denn jetzt rein? In die Altstadt? Jo, Alter, ich will eh nicht da rauf! Jesus! Pass auf, da gehört überall der Tobi, Alter! Franker? Wir sind in Franker? War ich schon mal hier? Ich glaub, der ist aus Deutschland. Glaubst du? Sollen wir da durchgehen? Ja, kann man passen! Ich hab nichts vor! Wow! Sind wir schon gut? Holy moly, was passiert jetzt? Ups! Da darf man keine Fotos machen! Ich mach keine Fotos, ich hab ein Video auf! Das ist jetzt falsch! Schnell raus! Wow! Warte mal kurz aus dem Spiegel! Tschüss, Simon, da bist du! Amazing! Wie kommt man da rauf? Uns liegt Budapier! Uns liegt Bratislava zu Füßen, Simon! Füße! Da ist die Altstadt! Wow! Da sind wir gerade durchmarschiert! Wow! Simon ist gerade mit Tobi aufs Neppen! Und Sie sind? In einem Café! Ich weiß nicht, was ich schreiben soll! Schreib OHA! In welchem? Ich war auch mal dort! Er macht das! Gib mal einen in Google Bratislava Café! Weiter! Oh! Da sind wir! Jetzt gehen wir da! Und dann sind wir da! Dann schauen wir da noch vor! Na ja, viel sieht man ja nicht, ne? Da! Schau! Let's go! Brauchst du einen Schuh, Simon? Nein! Er ist zu groß für mich! Simon hat jetzt seine Adresse bekommen! Da rechts hoch! Reiß es irgendwo! Mein Herz hoch gerade an zum Pumpen! Wollen wir vielleicht noch eine Pause machen oder so? Vorbeigehen nochmal, oder? Vorbeigehen nochmal, oder? Ja, aber das war glaube ich, ich weiß schon, wo es geht! Servus! Heut der Tobi mich gerade! Ich bin gerade in Bratislava! Und sie so, bist du nicht! Wir wissen, wo sie sind! Wir wissen, wo sie da sind! Es handelt sich um weniger als 10 Minuten! Bestens solche Psychos! Das ist... Oh! Da komm! Oh mein Gott! Da ist gerade ein Bus gekommen! Der Bus ist da! Ich habe sie gesehen! Ich glaube, er hat mich gesehen! Hallo! 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 Schön ist hier! Schön ist hier! Das ist aber so die schöne Stadt! Wo war dir denn schon? Überall! In den Sudan? Ich bin hierher gekommen und habe einfach besucht! Ich habe nicht gewusst, was weiß ich! Ja, wollt ihr in einen Café gehen? Ja, wir gehen jetzt essen und trinken! Ich nehme mich so dafür! Wiedersehen! Jetzt fahren wir wieder raus! Nicht! Oh, Alter! Was war das? Ein Michael Jackson Buch! Ja! 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 Das war's!